Hallo Freunde der Sonne und weiter geht's mit einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 3 hier auf meinem YouTube-Kanal. Yeah! So, das einzige, in Anführungszeichen, was noch fehlt, ist der Kampf gegen Z. Und ich bin ja mal gespannt, wann wir bei dem ankommen. Hallo? Noah, greifst du mal bitte an? Danke. So. Jawoll. Denn ich glaube nicht, dass der schon da vorne auf uns wartet. Na komm, hier, die Erfahrungspunkte nehmen wir alle mit. So. Holen wir schon mal den nächsten ran. Komm. Los, brav. Oh. Perfektes Timing. So. Bleib hier. Und tschüss. Ja, das haben wir hier noch. So. Ja, natürlich ist hier auch noch so eine Elite-Vieh. 1 oder 2, nee, 1. Ach komm, hier, ja, machen wir. Ach, naja, toll. Natürlich greift das Elite-Vieh auch an. Nein. Gut. Nein, ist das nicht so. Nio, mach keinen Mist. Okay, der da hinten scheint festzustecken, finde ich gut. Nee, lass mich in Ruhe. So, komm her. Wir sind zwar erst auf Synchro-Stufe 0, aber her. Jawoll, genau so kommen sie dir auch, finde ich gut. Gut. Sehr, sehr schön. So, ist hier noch ihr... Oha, Hallöchen. Noch mehr Viechers. Oh, der ist ja zum Glück irgendwie stuck. Auf-ge-ö-pfiffen. Mhm. Lass mich in Ruhe. Nee, bleib weg. Lass mich. Ja, na klar. Ach, dann komm. Wenn du schon in unseren Weg springst, dann sollst du auch vermöbelt werden. Mhm. Mhm. So, und raus. Jawoll. Oh, los, gebt ihm. Geht doch. So, ja, mit dem Zeug. Und weiter geht's. Oh, da, na klar. Vielleicht drei von den Viechers. Einmal eins noch von den Lüten. Ja. Ähm. Sehen sie, sehen sie nix? Okay. So, nochmal eins. Okay. Und erstmal auf das 4 hier. Äh, nee, der... Nee, hä, Moment. Nee, auf den da. Wer ist denn das hier? Hallo? Könntest du den mal bitte auswählen hier vorne? Guck mal, wer hat sich denn eben schon wieder ausgewählt? Was er nicht angegriffen hat. Mann. Die Zielerfassung ist mal wieder on point, ey. Oh. Na gut, wenn er mich angesiedelt hat, dann ist es halt so, zack. Oh, mit Farsch. Ja gut. Die Synchronisation war für'n Arsch. Klopp. So, was haben wir hier noch? Da liegt noch was. Jo, da... Ich bin klar, Alter. Ja, und hier in der... In den Seitendingern sind auch noch welche. Jawohl. Okay. Dann kümmern wir uns erstmal um den. Bevor wir uns um die drei da kümmern, plus das andere Ding, was da noch in der anderen Nische steht, weil das wird garantiert dazukommen. So. Komm dran hier. Ja. Alter. Ich habe ja gerade ein Spiel da fast erledigt. So, Mio, wir synchronisieren auch mal. Alter. 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 So, Junge. Komm her, ihr. What? Als ob der mich umbierst. Alter! Okay, Anbruchskette. Äh, sag mal. Oh, na komm, Schwingenspralze, so. Äh. Okay. Guck mal, gut. Äh, das dann. Schade. Aber dafür reicht 10. Hm. Hm. Okay. Oh, dadurch wird auf jeden Fall erledigt. Zack. Machen wir mal Kraftfeldregeneration. Dann haben wir hier, äh, das da. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d So, Vernichtung. Sehr gut. Und jetzt würde ich gerne das Ziel wechseln. Ja, das ist schön, dass er reaktiviert wurde. Aber, das bringt mir jetzt nichts mehr. So, der ist erledigt. Dude, einer wird zwungen. Warte, die Eid. Nee, lass mich in Ruhe. Mal sehen, anders an. So ist brav. So, wir haben auch wieder Synchro Stufe 2. Wieso haben wir jetzt das Ziel gewechselt? Was sollte das? Mann, ey, hörst du mal auf, mich umzuwerfen? Das ist voll nervig. Blöde Kröte. So, zweite bezwungen. Sehr schön. Hier sind ja noch zwei von denen. Boah, wie viele sind denn das? Wieso waren das denn vier? Juni, mach keinen Scheiß hier. Nein, ach, wieso denn? Ne, mit. Aaaaaah. Mann, du blöde Kröte. So, druff da. Hä, ich kann gleich noch mal synchronisieren, sobald ich den erledigt habe. Einer ist da ja noch. Ah. Gut. Weg damit. Synchro Stufe 3. Jo, dann los. Ja, okay, oh, don't eat it. Jetzt ist aber auch gut, ey. Ja, einzigartiges Grab, das könnt ihr auch behalten, ey. Ach komm, ey. Hast du nicht gesehen, wie ich die eben vermöbelt habe? Und du willst trotzdem noch? Ah. So. Ah, nun kommt. Sehr schön. So, dann will ich auch noch mal kurz gucken. Bei Charakteren. Klassen. Oh ja, er ist auf 20. Sehr geil. Äh, Moment, wen habe ich gerade? Ah, sie ist noch nicht fertig. Shit. Ich weiß auch gar nicht. Wie wird sie für alle freigeschaltet? Äh, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt? Muss ich, muss sie da einfach nur dabei sein? Oder muss jemand die Rolle spielen? Das würde mich jetzt ja mal interessieren, ne? Oh, er ist auch auf 10. Nice. Sie ist auch auf 20. Sehr gut. So, sie auch. Okay. Juni hat sie auf 10. Dann würde ich sagen, Juni kriegt ihre Rolle wieder. Er nimmt seine. Er hat seine auf 10. Dann nimmt er auch seine eigene. So, dass jeder hier jetzt seine eigene Rolle hat. Äh, klasse. Achso. Äh, pff. Ja gut, die kann ich gerade nicht, ne? Hm. Mich immer mit? Eigentlich nicht. Gucken wir mal. Bin ich mal gespannt. Äh, Synchronisation. Seelenbaum. Talent stärken. Oh, warum nicht? Wieso kann ich das nicht? Nicht erlerntes Talent. Allgegenwärtige Klinge. Wo ist denn das? Technik stärken. Nicht erlernte Technik. Hä? Wait, what? Hä? Also Moment, das hier habe ich erlernt, sagst du. So, jetzt bin ich ja bei dem. Das kann ich nicht, weil ich habe runde Begrenzung. Habe ich anscheinend nicht erlernt. So, hier. Talent erlernen. Allgegenwärtige Klinge. So. Ah, ja. So, hier. Zack. Begriffskraft steigern. Auf jeden Fall. Nice. So. Das erlernen wir. Das haben wir erlernt. So. Talent stärken. Das Abwehr. Bla, bla, bla. Erstmal das hier. Damit wir das hier kriegen. Hitzeleiste. Und nochmal Hitzeleiste. So. Haben wir hier. Oh, die 190 ist ein bisschen viel. Äh, gut. Mehr kann ich mir nicht leisten. Äh, oh Gott, oh Gott. Wo bin ich denn hier jetzt? Äh. Moment. Das habe ich. Hier, Angriffskraft steigern. Jo, das ist gut. Hitzeleiste. Jawohl. 230. Heilige Kanone. Hm. Moment. Technik stärken. Raubvogel. Also nicht genug SP. Ja. Gut. Das haben wir. So. Sonnenfinsternis. Nein, jetzt kostet das Nachkommen am Arsch. So. Geschick. Sag, nehmen wir. So. Verbündete schützen. Vulkankanone. Kann ich nicht. Ja, das war es schon, wa? 190. 175. So, gut. Hä. Warum war es das bei ihm schon? So, hier. Hitzeleiste. Technik stärken. Todeskugel. Nicht genug SP. erhöht geschickt. Jo. Nehmen wir. Getrate. Nicht genug SP. Nicht genug SP. Auch nicht genug SP. Gut. Machen wir das auch erstmal. Hä? Äh, Moment da lang. Wo läuft's viel hin? Was ist da? Anger oben. Westtor. Aha. Ja, wenn man das irgendwie gedreht bekommt. Ach komm, ey. So. So. Let's spread my money in the air. Hm. What? Ach shit Gut So, aber das kriegen wir hier nicht gedreht Mal gucken, vielleicht müssen wir das Hier, ach, das ist, ja, okay Alles klar Das ist nur ein Schalter, ich dachte, hier ist noch irgendwie ein Tor oder sowas Aber, na Gucken wir mal, ob sich jetzt links die Plattform dreht Ne, da ist vorgedreht Auch schon Ja, na klar Oh, und das, die Plattform ist gedreht anscheinend Zumindest war sie das eben Und jetzt, immer noch, jo So, weißt du was, komm her, hier Was soll der Geiz Yo Yo Du, 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 du Oh Oh So Worms Autsch Könnte ich Heilung bekommen, bitte? Hallo Könnt ihr mich mal verheilen? Gut, dann halt nicht, ey Mann So Und erledigt Und was haben wir hier Schönes drin? Wir haben Hier, die Menge Corona-Propeller Verstärker, blablabla Langsammolid, marktloser Edelstein Hast du nicht gesehen, jo Wann habe ich von den Dinger mittlerweile, ey? Äh, hallo? Was war denn das für eine Aktion, Noah So, Moment, ist hier links irgendwas? Oh, nee Außer im Abgrund ist dann nichts Okay, also die Szene gab es auch im Sonderangebot bei Programmierung, ey? Ach komm Als ob Du hast wohl in die andere Richtung geguckt, ey, gib zu Na komm, mach's nun fertig So, wär ich damit Na, lass, lass dir mich in Ruhe hier Ach komm Lass mich doch einfach vorbei, ey Oh, das ist eine Lonely feelinig, Mann, was wir in Oh, das ist eine şöyle, Bapt Acadepunkt So, äh, war ich hier schon mal? So, wenn wir den Fahrstuhl rufen, komme ich dann da rüber, dann nicht aktiv zu sein. Vielleicht komme ich dann da rüber. Wir werden es sehen. Hallo, ich sehe nichts. So. Aha. Okay, abwärts. Oh, wacke. Hangar, untere Ebene. Gut. Freunde, Sonne, alles klärchen. Dann machen wir hier erst mal wieder Feierabend. Und logischerweise geht es hier in der nächsten Folge weiter. boat. I'm of course we have to. I'll do預備.